Zu Gast hier auf dem YouTube-Channel Marcelo. Er ist Teilnehmer vom Website Business Bootcamp und hat mit seiner Freundin ein Website-Projekt zum Thema Beauty gestartet. Und das schauen wir uns heute mal netterweise genauer an. Er hat die ersten Einnahmen erzielt, verrät er uns auch gleich, wie hoch die schon sind und wie. Aber Marcelo, vielleicht für die, die dich nicht kennen, zu deinen Rahmenbedingungen, wer bist du? Bist du angestellt? Mach dir das nebenher. Vielleicht kannst du so kurz was zu dir sagen. Ich wohne in der Schweiz, 30 Jahre alt, seit ein paar Tagen. Und momentan nicht im Angestelltenverhältnis. Ich war ein Jahr mit meiner Freundin am Reisen, habe eine Weltreise mit ihr gemacht. Das war eigentlich ein guter Zeitpunkt und eine gute Möglichkeit, um nebenbei, falls es uns mal langweilig wird, was zu machen. Und so war ich auch zu deinem Kurs gekommen. So war ich auch genügend Zeit gehabt, um das Ganze zu starten. Schauen wir mal vielleicht direkt drauf. Und meine Freundin, die ist da, ja, sie mag einfach Beauty-Produkte. Ja, die Nische analysiert und gemerkt, das hat wirklich coole, ja, gute Keywords, wo wir ranken können. Und somit haben wir gestartet. Cool. Mit welchem Tool habt ihr euch die Keywords angeschaut? Keywords angeschaut mit dem Ubersuggest. Die bieten ja eine tägliche Gratis-Funktion an, wo man einfach Keywords anschauen kann. Okay. Und rausgekommen ist die Beauty-Seite, beste-beauty-produkte.com. Verlinkt man natürlich auch unten, dass ihr euch die mal anschauen könnt. Ihr habt die vor sechs Monaten gestartet, im November. Und vielleicht kannst du mal kurz sagen, was natürlich die meisten interessiert. Wie viel habt ihr mit der noch kleinen Website jetzt schon eingenommen über Affiliate-Einnahmen ungefähr? Wir haben circa um die 500 Euro eingenommen. Die letzten zwei Monate waren natürlich die Umsatzstärzen. Am Anfang eben wenige Klicks. Und ja, je mehr Artikel wir rausgebracht haben, je mehr Klicks generierten wir. Und dann langsam, langsam kam und kommt auch mehr Traffic auf die Webseite. Oder wer schreibt die Artikel? Macht es die Freundin? Machst es du? Macht ihr es zusammen? Wie ist euer Vorgehen? Ja, ich erstelle jeweils die Briefings oder mache die Keyword-Recherche. Und das Schreiben übernimmt dann meistens die Freundin. Ja, super. Wir schauen uns gleich den Traffic noch im Detail an. Vielleicht kannst du uns noch ein paar Infos zur Seite gehen. Also optisch auf jeden Fall schön ansprechend. Ich sehe auch, ihr habt schön eine Hubstruktur gebaut. Also hier Haare, Body, Gesicht. Was oder ist das ein WordPress-Theme? Kannst du da was dazu sagen? Ein WordPress-Theme? Und wir haben uns da für Astra, einfach weil es einen guten Aufbau für uns hat. Und wir haben auch gemerkt, dass es auch ziemlich ein schnelles Theme ist. Und ihr habt davor noch nie eine Website erstellt? War das das? Vorher, ja, vorher nichts. Okay, das heißt, man kann es lernen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall kann man es lernen. Und ja, ich will jetzt keine Werbung für dich machen, aber der Kurs hilft da schon. Also er geht wirklich schön Schritt für Schritt durch, wie man so eine Webseite aufbaut. Und also für uns sehr hilfreich. Und das heißt, ihr habt die Keyword-Analyse gemacht. Was ist im Beauty-Bereich noch nicht so umkämpft? Wofür könnte man Artikel machen? Und dann habt ihr angefangen, die Artikel zu schreiben. Finde ich ein tolles Beispiel. Für Affiliate. Ich kenne es ja einfach hauptsächlich in meiner Finanzblase. Für ein Girokonto machst du einen Affiliate-Lick. Und für die anderen Sachen. Ihr macht das Ganze für Beauty-Produkte. Auch da gibt es Affiliate-Programme. Also ich habe gesehen, ihr baut hier einen Link ein. Dann komme ich zu Flaconi. Und Flaconi, also von meiner Freundin kenne ich die Seite auf jeden Fall, hat hier unten dann auch einfach ein Affiliate-Programm. Da habt ihr euch beworben. War das schwierig oder haben die euch gleich angenommen? Nee, die haben uns gleich angenommen. Ja, wenn wir jetzt Flaconi als Beispiel nehmen, es geht eigentlich wirklich einfach, einfach bewerben. Und ja, wir wurden auch schon abgelehnt, aber meistens, ja, geht das schon. Damit deckt ihr alle Produkte ab oder nutzt ihr noch andere Affiliate? Nee, zum Teil nehmen wir auch Amazon. Ja, können die Leute auch über Amazon bestellen. Super. Ihr habt überall auch ein Inhaltsverzeichnis drin, das automatisch generiert wird, nehme ich an. Ja, genau. Mit den Links auch super für die Suchmaschine. Ihr habt unten FAQs, häufig gestellte Fragen. Ich habe ja schon angeteasert, dass es wahrscheinlich einen neuen Kurs gibt über Online-Shops, was man auch für Affiliate machen kann. Und die Seite, die wir uns da anschauen, von dem Chris, ist CBDDeal24, weil der ist jetzt aktuell so bei 30.000 Euro Affiliate-Einnahmen pro Monat. Deshalb mache ich mit ihm auch noch ein Interview. Aber er macht quasi nichts anderes als ihr. Nur er hat quasi noch einen Shop, also WooCommerce-Plugin, dass man so das Gefühl hat, ah, das ist ein richtiger Shop. Obwohl er nachher dann auch quasi per Affiliate das Ganze macht. Vielleicht für euch auch so eine Weiterentwicklungsmöglichkeit, so für später, wenn ihr sagt, das läuft ganz gut, dass man dann vielleicht noch so einen WooCommerce-Shop integrieren kann. Ja, also hier gibt es null dran zu meckern. Ich habe nach Fehlern gesucht und groben Patzern, aber nee, hopp. Ihr habt Keyword-Research gemacht, ihr habt schöne Ankertexte nachher auch drin. Das Einzige, was wir überlegen können, hier mehr erfahren, da könntet ihr oder würde ich euch empfehlen, dass ihr hier mit dem Ankertext, das geht ja zu Gesicht, dass ihr den Link-Text ändert in Gesichtsprodukte oder Produkte Gesicht. Die Zielseite hier ist die Gesichtsseite, also in den Link hier auch was reinmachen mit so Gesichtsprodukten oder irgendwas mit Gesicht. Zweieinhalbtausend Besucher mittlerweile nach sechs Monaten. Also ja, ihr macht einiges richtig. 6.900 Klicks organisch über die Websuche, genau. Und das ist einfach diese Stärke von Affiliate oder SEO. Das geht nicht im ersten Monat, aber über die Zeit wird das einfach immer mehr. Kannst du einmal sortieren nach Impressionen. Und das sind jetzt eben die spannenden Dinge. Also zum Beispiel Permanent Make-up Lippen, da habt ihr 9.600 Impressions. Das heißt, in den letzten drei Monaten seid ihr 9.600 Mal auf dem Bildschirm von den Leuten gewesen, aber eben auf Position aktuell auf sechs. Am Anfang wart ihr auf neun. Aber wenn ihr es hier schafft, auf Position zwei vorzukommen oder dann langfristig eins, dann wandelt ihr diese Impressions einfach oben in Klicks und kriegt dann 30 Prozent davon. Das heißt, da kann man sich das dann im Detail anschauen. Also jetzt hier Permanent Make-up Lippen, indem du im Inkognitur-Modus im Browser eingibst Permanent Make-up Lippen und dann mal die Suchergebnisse anschaust, dass man sich jetzt quasi, wenn man weiß, man ist schon auf Seite eins, dass man dann noch mal ganz genau gucken kann, könnte man vielleicht den Titel hier noch anpassen, damit er irgendwie raussticht gegen die Konkurrenz. Das, was ihr macht, ist super. Ihr habt auch für die EAT-Kategorie, also wenn es um Finanzen oder Gesundheit geht, muss man wissen, wer schreibt hier und wieso kann der oder die uns was über das wichtige Thema sagen. Also Autorenprofil verlinkt und hier der Hintergrund erklärt. Also hier Screaming Frog kann man sich kostenlos runterladen, einmal installieren und bis zu 500 Seiten kann das Tool dann kostenlos crawlen. Ich gebe hier oben die Adresse ein, die URL und wir können so kleine Fehlerchen rausfinden, zum Beispiel, was einfach oft passiert sind, dass Bilder zu groß sind und hier wird es uns angezeigt, Images über 100 KB, also klicken wir drauf, dann zeigt uns direkt die Fotos an, die hier größer als 100 KB sind und dann sehen wir einfach, okay, welches Bild ist das und anschauen und dann wissen wir einfach, okay, machen wir kleiner in der Pixelgröße oder im Format und der andere kleine oder das kleine Fehlerchen ist noch die Alternativtexte, die Google einfach auch mehr Infos bieten, mit einem Klick Missing Alt Text und dann sehen wir, fast überall sind sie drin, aber hier bei den sechs Fotos kann man sie noch ergänzen. Bei einer frischen Seite noch nicht so ergiebig, aber sobald sie größer ist, so Screaming Frog einfach mal drüber laufen lassen, auf jeden Fall eine feine Sache. Ja, das wäre ein guter Tipp, ja. Ja, ansonsten wollte ich euch nur ans Herz legen, weil ich es vom lieben CBD-Chris hier weiß, dass das Thema E-Mail-Newsletter also in eurem Bereich noch super wertvoll ist. Jetzt am Anfang macht es Sinn, dass ihr erstmal mit Artikeln startet, cool, aber wenn ihr dann quasi relativ früh, ihr könnt bei Mailchimp kostenlos bis zu 2000 Kontakte das erstellen und dann kannst du zum Beispiel hier oben so eine kleine Leiste einbauen, jetzt zum Newsletter eintragen, und Beauty-Produkt-Insider werden und Rabatte bekommen oder was auch immer, aber dann fangt ihr schon mal an, so eine kleine E-Mail-Liste aufzubauen. Das ist einfach super wertvoll, weil wenn euch nachher Google nicht mag oder irgendeine andere, ihr habt dann E-Mail-Adressen von Leuten und kommt auf der Plattform, die dann trendy ist, die einfach bespielen. Also das würde ich auch zeitnah angehen, weil es ist echt nicht aufwendig, kostenlos, gerade Mailchimp zum Beispiel und dann habt ihr auch den Vorteil, wenn ein neuer Artikel rausgeht oder der besonders gut ist, dann könnt ihr das einfach auch schon an dann irgendwann tausend Leute schicken. Dann ist das für Google auch gleich ein Signal, weil da richtig Besucher dann drauf sind. Das nur als so kleiner Next Step. Das haben wir noch nicht beachtet, aber ja, schauen wir sich mal an. Gibt es von deiner Seite noch was oder was ihr so als nächstes vorhabt? Ja, die nächsten Steps sind eigentlich so viele Artikel wie möglich rausbringen. Ja, wo wir eigentlich hinwollen, ist, dass irgendwann einfach so viele Klicks oder so viele Leser haben auf unserer Website und vielleicht mit Werbung etwas mehr dazu verdienen. Ja, aber jetzt jetzt so lange mal einfach ja, so viele Artikel wie möglich auspallen. Ja, nee, super. Aber nach sechs Monaten die ersten 500 Euro, zweieinhalbtausend Besucher ist super, weil ihr, ihr könnt nachher einfach auch aktiv auf Leute zugehen. Das mache ich auch sehr gern. Also weiß ich nicht, die Freundin nutzt irgendein Produkt, das sie halt sowieso schon gut findet. Könnt ihr die Firma auch proaktiv anschreiben und sagen, hey, ich nutze euer Produkt schon lang, finde es richtig klasse und by the way, ich habe eine Website, die hat 5000 Besucher im Monat. Soll ich da mal so eine Vorstellung machen? Kostet 3000 Euro einmalig. Okay. Also das ist auch so Win-Win, um noch ein bisschen Nebeneinkommen. Guter Tipp, ja. Ja. Nee, aber sonst, ja, richtig stark. Also ich wünsche euch viel Erfolg. Werde das Projekt mit Spannung beobachten und, ja, wenn ich den Chris-Interview zu Online-Shop, könnte man vielleicht mal überlegen oder ich frage ihn auch, ob das für euch irgendwann Sinn macht, so, dass ihr ja so das Shop-Feeling noch habt mit einem WooCommerce-Plugin, aber es könnte auch spannend werden. Sehr gerne, sehr gerne. Super. Ja, Marcelo, dann danke für deine Offenheit und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Marcelo wird wahrscheinlich auch ein bisschen hier vorbeischauen und beantworten und Seite verlinke ich unten. Genau. Und falls du beim Website Business Bootcamp dabei sein willst, Info ist ebenfalls unten verlinkt. Danke dir, Marcelo. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.